Wieder reinkommen wir richtig. Kratze! So. Mal 209. Man sieht doch schon, wir müssen mal wieder so ein paar Plakate und so aufnehmen. Aber gut. Ich versuche halt immer nicht so straight nach dem Plan zu gehen. Um es einfach mal so ein bisschen variierender zu halten. Vor allem straight nach dem Plan gehen kann ich sowieso nicht. Ich glaube das habe ich noch... Nee, kann ich nicht. Geht aber nicht. Lieber alles von nebenbei machen. Das Ziel ist sowieso alles zu machen. Daher. Vollkommen egal. So. Ladestelle. Map. 909. Nein. Äh. 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 Geblint bin ich. Kann ich gerade aus. Äh. Das ist dann hier. Hier äh. Wo parke ich da am besten? Kann man ja nicht hier machen. Und das Auto komme ich mir natürlich auch noch. Ja. So. Habe ich hier eine Kiste drin. Rundefleisch. Dietrich. Ja. Man ist halt alles dabei. Äh. Das kann ich alles soweit mitnehmen. So. 209 ist da. Und dann schauen wir mal. Ich müsste versuchen mal überall so ein bisschen die ganzen Kameras zu aktivieren. 209 hatten wir ja schon durch. Das heißt wir können mal gucken. Da soll ich jetzt was klauen. Und zwar so eine Kupferstatue. Äh. Jetzt geht es jetzt ins Schlafzimmer. Zimmer, Stuhl, Vordergarten, Stuhl, Schlafzimmer, Bett schlafen. Also ich habe nicht viel Zeit. Zimmer und dann im Vordergarten. Ich überlege gerade welches Haus das war. Ah. Okay. Dieses Haus. Ich denke es geht Schild halt da ne. Äh. Ja. Äh. Ich mache hier nichts. Ich bin ganz brav. Bin immer brav. Ich muss halt warten weil die ist. Die geht gleich in. Ne. Die geht gleich in den Vordergarten. Warte. Wohnzimmer, Stuhl. Und gleich. Er ist jetzt im Zimmer. Im Zimmer. Und dann geht der in den Vordergarten. Ich muss warten bis die weg geht. Dann komme ich zumindest schon mal rein. Kameras hatten die glaube ich hier keine. Ne. Ne. Kameras. Ne. Ich glaube hier waren keine. Ja. Bin dann schon zurück. Was hier geht. Warte wenn es hier noch weg ist. Komme ich hier nicht rüber. Achso. So. Deswegen ist er geht jetzt gleich hin da vorne. So war das. Okay. Ich würde jetzt auch gehen müssen wo diese Kopfenstatue ist. Der geht nach vorne hin. Die schläft hier. Nehmen wir was drin? Ne. Ne. Ich frage wie kommen wir zum besten rein. Was mal hier. Ganz da oben. Kein Glasschneider. Hier. Ja. Gut zu haben vor der Tür. Ne. 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 Geht auch nicht. Reingekommen er ist erst mal. Vielleicht wo beide gepennt haben. So warten bis jetzt auch noch ins Bett geht. Ah man. Mehr Eingänge doch hier gibt es auch noch einen. Also hier kann man auch noch auf dem Hof meine ich. Ich habe die Tür eh schon auf von daher. Ich muss nur warten bis er weg geht. Dann kann ich quasi voran rein weil der geht jetzt direkt ins Bett. So aufpassen dass er mich hier nicht sieht. Ach der geht eh da lang. Ja alles klar. Direkt. mal durch den vordereingang bisschen beeilen wo ist denn diese statue hätte die bisschen geld irgendwo im wohnzimmer gesehen glaube ich das ist sie kopffigur ah perfekt sagen wir mal einmal taschen voll machen und dann losgehen sie kommt auch gleich raus heißt ich muss wo geht sie hin sie geht dann ins badezimmer und ich weiß dann noch vom letzten mal lässt die tür dabei auf mal gucken also was ich dass ich hier nichts für krach mache und dass ihr mich nicht sieht alles leer vom letzten mal ist gleich ist eins aber ich kann hier das fenster auch machen mich daraus beeilen muss ich versuche halt mal so ein bisschen vorsichtig an den sachen beizugehen einfach mit genau naja er steht gleich auf ne um drei schick aber er geht ins badezimmer und danach geht er ins wohnzimmer aufs sofa da ist dahin bis um drei muss ich hier auf jeden fall raus sein hier geht er gleich wieder schlafen hier ist nichts mehr also warten bis die clay weg ist ich kann mich ja eigentlich auch nicht mehr mit töpfen und so zufrieden stellen ich war ja eigentlich eh nur wegen der kupferstatue hier von daher egal und Schlüssel fürs Tor gut aber hatte ich noch nicht heute direkt zwei getasten ne echt noch nicht ok so so bis um drei ist jetzt nur eine stunde zeit um alles mitzunehmen was ich finde bestensen na ne x cube nimm mich mit Lautsbrecher nimm mich auch mit Nimm die Kopfhörer Okay, Rucksack ist voll. Sollen wir gehen. So. Ohne gesehen zu werden. Heimatfrei. So muss es sein. Ich glaube das ist die Karte gar nicht. Ich glaube das ist auch recht irrelevant. So erstmal nach Hause. Am besten da lang wo wir herkamen. So. Versteck. Sehr gut. Erste heute positiv. Einwandfrei. Jemand zu stehlen. Ich weiß nicht ob man nur Geld stehlen kann. Müsste mal irgendwie das Geld vorher. Ich habe also diese Puppe im Versteck. So. Aber erstmal hier Black Bay Kram hier rein. Das, das und das. So. Und die Kupferfigur. Über. Genau. Sehr geil. Mega gut. Aber noch keiner bleibt. Nein. Wollte ja noch einen machen. Wollte ja noch einen machen. Wollte ja noch einen Dark Bank. Genau. So ein bisschen Geld zusammen shabbeln. Hier sieht man dass hier oben so feil ist. Black Bay. Elektronik. Sohle. Kopfhörer. Nochmal Kopfhörer. Wow. Okay. Also kurz. Wird da noch einen Dings annehmen. So ein Contract. Da würde ich jetzt sagen. 108. Ich kann von Mühe stehlen. Den Kram bringen wir nochmal kurz zu dem Dude hin. Ich bin gerade über den Fahrdienst gegangen oder? Ich glaube ich habe mich gerade verklickt. Ich hoffe nicht. Doch habe ich. Cool. Hier konnte ich die Autos dann verkaufen. Also einfach mal alles verkaufen. Ich glaube ich habe immer noch Beute oder? Ne. Echt nicht. Ja gut. Da kann ich auch hier noch verkaufen. Ok. Tiefen. Dieses muscle Kram und sein Geschwindigkeitsluxus und dem Mangel an Stauraum für schwere Gegenstände. Ok. Aber den kann ich dann auf jeden Fall rein durch abhauen. Oioioi. Irgendwann 20k braucht man dafür. Und hier? Was konntest du machen? Du konntest mein Autotune ne? Genau. Für Fehlgeld. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe das nicht vergessen. Ganz wichtig. So. Ich habe das Ladebildschirm immer noch. Ich habe sie beim ersten Thief Teil gehasst. Ich hasse sie eigentlich bei jedem Spiel. Ich hasse es. Ich gebe mir einfach eine Open World. Mit. Ich habe das nicht vergessen. Ja gut. Ich habe ihn mit. Oder das? geht nicht haben die Sons schon wieder ein Problem ja weil ich selber küsse ich ja nicht so hatte ich hier schon nein kam nix ja dann haben die Sons wieder ein Problem 108 hier wohnt nur Sebastian Wohnzimmer Küche Wohnzimmer Garten Küche erst 20 Uhr ist er weg jetzt ich würde mal um 19 Uhr mal hinfahren habe ich immer einen Parkplatz ja dann kann ich in Ruhe wenn er aus hat das Haus ist mal eben das was plündern so Parkmann so bis 19 Uhr na komm ich hier rum klaro hallo sehr leise ich bin jetzt ernst oder ironie so er ist jetzt da oben äh ja 20 Uhr haut ab mern vielleicht kannst du ein bisschen lauter machen kein Thema woher hab ich das eh Auto naja nicht ganz nicht ganz so er haut wieder ab ich komm dann glaube ich sogar hier rein krieg nicht sogar den Schlüssel dafür die Auto weiß ich nicht ach da habe ich noch keinen Schlüssel oder sonstiges sehr gut ja gut ich glaub das eh weg ab warte das mal eben gibt auch glaube ich nur einen Weg hier rein das shoppen jetzt kommt hier das Hintertor ähm muss ich mal leise sein weil der loot ist jetzt nämlich eh nicht da so ich soll hier mehrere Sachen machen pass auf erst mal hier vorbeikommen schlagen warte nehmen wir das dann unten im Keller äh Keller nicht der Keller boah nehm ich äh hier ist ein Fdecken Keller Schlüssel 408 Mist hab ich nicht Mist muss ja safe sag mal das ich habe ihn noch hier oben geht ablegen ich denke sie ich weiß ja nicht wann er wiederkommt du kranker Bastard hör auf nachts durch mein Fenster zu schauen und das nächste mal werde ich dich töten ich schwöre ich wow keine Schlüssel nehm ich Eci ähhhh so so radio mitnehmen ahhh Cyling die habe ich das auch Oh Specialitems 10 Specialitems Er rumschaut. Nice. Lieb ich. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwo verstecken kann. Zweifelst du ein bisschen. Eine selbstgeborene Person. Ich hasse alle. Niemand hat mich hier wirklich geliebt. Niemand respektiert mich. Ich habe keinen Grund irgendwas zu tun, denn egal was ich tue, ertränke. Ich weite hin in einen in Traurigkeit. Ich werde dem ganzen Ende bereits, soweit mein Projekt abgeschlossen ist. Was ist der für ein Typ? Aua. Mein Name Dietrich. Emo. Das ist ne Art irgendwie ja. Das ihn doch. Wenn er es braucht. Ich habe meinen Nutzen davon. Was ist der denn gerade wusste denn? Ich bin nicht runter. Ich bin nicht runter. Das war der Typ der Bewaffnung mit der Brechstange. bis zum MDR. Ich bin ein Typ. Und das ist ein Typ. lohr schnell wir sehr schnell gut ich weiß halt nicht wo er ist deswegen muss ich jetzt mal schauen aber hier schon diese kaffeemügel die ich hd haben sollte wohl nicht zu sein ja alles gemacht wo ist der tut der gerade mit dem anzüge hier hier ist er so entklaven nicht perfekt ich habe jegliche Aukamilie die ich haben wollte bis auf ne ich habe alles geil ja letztes mal sah das alles nicht so gut aus obwohl ich letztes mal das Spiel gestartet habe ich sehe die schlechte aus bei mir habe ich mich ein bisschen blöder angestellt aber lustig erst mal hier für Black Bay dann haben wir hier Black Bay gucken na hier die Pistole Welsenstatue Automobilsachen ne Tiefkontrakt Belohnung sehr nice Level Up hatten wir auch schon ne jawoll ich erinnere mich noch mal wie du den ersten Erzeugtest ja der war doch schon so ein bisschen special ne laub viel schneller kein Verlust von Ausdauer wir bringen den Hörberecht der Menschen um 3 Meter ach Hörberecht würde ich schnell laufen ich würde gerne hier aufgehen spiele auf den Meister der Tarnung das kann ganz gut sein damit die Hunde mit mir so rollen ich glaube ich mach das hören ja ja haha ja hervorliche Schuhe 16 vergiss es glaube ich auch noch gar nicht ich muss jetzt mal hier anfangen ja hören oder laufen dann mach ich jetzt mal das Hören komm, let's go so neue Fähigkeit Schlösserkrankung Schuhe 3 wäre dann das was ich für den Heiß brauche fahre ich mal kurz los, geb mal kurz das Zeug ab was ich noch da hab und dann muss so ein Heiß probieren, weil ordentlich dieser Schrei fehlt ja gleich ein zweites Wort äh ja ich soll jetzt ein Raubgehörpfeil machen und dafür brauchte ich halt Schlösserkrankung Schuhe 3 deswegen hab ich das im Endeffekt gemacht gehabt jetzt jetzt sind Erfahrungspunkte bevor ich äh woher ich losziehe woher ich losziehe woher ich losziehe kann, ich brauchte halt das Schlösserkrankung auf 3 so gespeichert hat er ich brauche noch einen MWD-Brenner und Dietrich hierfür und jetzt nachsüge ich mich mal kurz vor und dann mit dem